Mein Name ist Dr. Gerald Grunschuber, ich bin Facharzt für Psychotherapie und Psychotherapeutische Medizin. Was ist Angst und welche Funktion hat sie? Angst ist an sich eine Emotion, die für uns Menschen ganz wichtig ist, weil sie uns hilft vor Bedrohungen auszuweichen. Angst ist vielleicht auch parallel zur Neugier. Die Variante, wie wir uns einem neuen Thema nähern, wie wir etwas Neues erfassen. Entweder gehen wir näher, befriedigen die Neugier oder wir gehen mit Distanzierung weg davon. Da ist Angst vielleicht auch ein Schutzreflex, der uns dann auch hilft, Folgereaktionen zu setzen, wie zum Beispiel Flucht, Kampf oder Erstarrung. Wir haben in unserem Körper, gibt es Sympathikus, Parasympathikus. Das sind zwei gegensätzliche Systeme. Sympathikus eher der Antreibende, der mich nach vorne bringt, der vielleicht wo Neugier, Aktivierung dahinter ist. Und Parasympathikus eher der Dämpfende, der eher etwas zurückhält. Und dieses Wechselspiel muss gut ausgeglichen sein, in Harmonie sein. Und die zwei Strukturen fördern, bedingen Angst. Als dritte Variante gibt es noch das sogenannte enterische Nervensystem, oder man sagt das Magen-Darm-Nervensystem. Und ich glaube, jeder von uns kennt das bei Anspannung, dass wir vielleicht Übelkeit haben, vielleicht sogar bis hin zum erhöhten Durchfall. Woran erkennt man Angst? Angst ist bei einem Menschen sichtbar. Vielleicht kennen Sie das an sich selbst, vielleicht mit Hautrötung, vielleicht mit, dass der Puls steigt, der Blutdruck steigt. Dass Sie vielleicht mehr Ihren Körper wahrnehmen. Dass Sie auch an sich erleben, dass Sie unruhig sind, zittern anfangen. Vielleicht bis hin zu einem kleinen Kreislaufproblem, dass Sie hier so diese schwarze Flimmern vor den Augen. Dass der Körper nicht mehr so stabil ist. Also es gibt hier sehr viele körperliche Darstellungen, wie Angst ausschauen kann. Also Patienten spüren das. Und ich frage oft nach, wo am Körper spüren Sie Angst oder wo nehmen Sie das wahr? Und da berichten Patienten unterschiedlich. Bei manchen ist es eher so die Lunge, dass sie eine Atemeinschränkung haben. Bei manchen ist es eher der Herz, ein Herzdruck. Oder hier eine Enge in der Halsgegend. Und das ist dann für manche auch, sieht man auch, wo der Leidensdruck steht. Und das ist dann auch hilfreich, um hier vielleicht, wenn es ein Enge hier gibt, mit Atemtherapie vielleicht Entlastung anzubieten. Gibt es auch positive und negative Angst? Es gibt so etwas wie eine positive Angst, dass wir uns eben, wie schon bevor gesagt, mit einer vielleicht, einer kleinen Verzögerung etwas Neuem widmen. Dass wir vielleicht, wenn wir auf jemanden stoßen, wo wir unsicher sind, eine Pause einlegen, das beurteilen können. Und auch in der Vergangenheit war Angst überlebensnotwendig. Wenn man nur daran denkt, dann zum Beispiel an die Schlange, die am Boden liegt. Und ich gehe in der Uhrzeit vielleicht da vorbei, sehe die Schlange, die Schlange könnte mich töten. Und Angst geht sehr schnell über Dalamus, Amygdala, das sind so Hirnzentren, hinein und wird positiv verarbeitet, dass ich weggehe davon. Dass ich also einen schreckhaften Schritt mache und weglaufe. Also da ist sicher Angst positiv. Es gibt den negativen Aspekt der Angst, wo sich Angst dann in ihrer Entwicklung entkoppelt, bis hin zu, und das beschreiben Patienten sehr oft, die Angst vor der Angst. Also dass sie wissen, dass sie sehr angstbehaftet sind, dass irgendwelche Themen sehr schwierig sind für sie. Und dass sie dann aber schon in ein Vermeidungsverhalten gehen. Und weil sie eben diese Angst vor der Angst so stark befürchten. Kann Angst zu einer Erkrankung werden? Eine normal bestehende Angst kann zu einer Erkrankung werden. Es gibt hier in der Psychiatrie einige Diagnosen, wie die generalisierte Angststörung. Wo also schon im Wort die Angst generalisiert auf sehr viele Sachen besteht. Und dann gibt es Angststörungen wie eine spezifische Phobie. Also wieder spezifisch auf ein paar Punkte begrenzt. Vielleicht Vermeidungsverhalten auf U-Bahn fahren oder ähnliches. Angst ist eine sehr häufige Erkrankung in der Bevölkerung. Man rechnet damit ungefähr, dass 10 bis 20 Prozent der Menschen in ihrer Lebenszeit eine Angst im Sinne einer pathologischen Angst haben. Dass sie hier irgendwelche Störungen erleben, wo ein Leidensdruck entsteht, wo sie dann vielleicht das Leben nicht so genießen können. Was kann man einem praktischen Arzt empfehlen, wenn Angst als Ursache für unbestimmte Symptome vermutet wird? Die Symptome der Angst sind oft solche, die verkleidet sind und man am Anfang gar nicht erkennt, dass es um Angst geht. Patienten gehen zum Hausarzt, zum Allgemeinmediziner und berichten über ihre Probleme. Und hier ist der Allgemeinmediziner, aber auch der Psychiater gefragt, dass er differenzialdiagnostisch denkt und durchaus ein EKG macht, wenn zum Beispiel Herzdruck beschrieben wird, eine somatische Abklärung, aber auch, und das ist ganz wichtig, auch hier auf den Fokus Angst denkt, ob es vielleicht im psychischen Bereich so eine Störung liegt. Weil es gibt immer wieder organische Grundlagen für psychische Erkrankungen und manche Erkrankungen sind auf den ersten Blick nicht ganz so klar auseinanderzutrennen. Was kann man einem praktischen Arzt empfehlen, wenn ein Patient Bedenken gegen Mobilfunk äußert oder gesundheitliche Beeinträchtigungen befürchtet? Wenn ein Patient zum Arzt geht, um seine Empfindungen darzustellen, die er vielleicht in Verbindung mit Mobilfunk hat und das erzählt dem Arzt, dann ist das schon mal ein großer Vorteil, weil dann ist es möglich, dass er hier auf jemanden trifft, der mit ihm ganz konkret bespricht, warum Ängste bestehen, ob es einen anderen Zusammenhang gibt, ob vielleicht in dieser Zeitphase etwas anderes Schwerwiegendes passiert ist im Leben des Menschen oder ob vielleicht diese Mobilfunkanlage gebaut worden ist, wo er kein Mitsprache- oder Einspruchsrecht gehabt hat. Ich glaube, das ist einmal ganz wichtig. Es ist oft sehr schwierig, mit diesen Menschen dann in Kommunikation zu treten und in Kommunikation zu bleiben. Ich glaube, das ist noch das Wichtigere. Ich glaube auch nicht, dass der Patient sofort eine Antwort erwartet vom, nehmen wir her, vom niedergelassenen Allgemeinmediziner, sondern es geht im ersten Rang, glaube ich, sehr viel darum, zu erklären oder gehört zu werden oder in den Beschwerden wahrgenommen zu werden. Hier kann einmal der Hausarzt gemeinsam nachdenken, ob es, wie schon zuvor gesagt, andere Schwierigkeiten gibt im Leben des Patienten, vielleicht einmal eine kleine somatische Abklärung, ob der Mensch gesund ist, ob es hier vielleicht organische Einflüsse gibt, die hier eine Rolle spielen können und dann mit dem Patienten vielleicht weiterzudenken, welcher Krankheitskonzept dahinterstehen kann. Was sicher wichtig ist, ist zu überprüfen, ob die Standardsachen, die ein Leben von uns sicherer machen, wie ist mein Schlaf gut, mache ich ausreichend Bewegung, bin ich aktiv, bin ich kreativ in meinem Leben, habe ich Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz, dass das nachgefragt wird und gefördert wird, dass hier vielleicht jeder Arzt anregen kann, ein paar positive Schritte zu setzen, dass man vielleicht hier aus dieser Ohnmacht in ein mächtigeres Verhalten, in ein gestaltendes Verhalten kommt, wo man dann wieder sich selber spürt, die eigene Selbstkompetenz wahrnimmt, ein positives Erleben führt, eine Selbststärkung, die eigene Resilienz fördern kann. Die WHO sagt, dass Elektrohypersensibilität keine diagnostizierbare Krankheit ist. Dennoch gibt es Menschen, die vermuten, an EHS zu leiden. Was ist darunter zu verstehen? Ich als Psychiater interpretiere Elektrohypersensibilität als ein Erkrankungsbild, was wahrscheinlich aufbaut auf anderen Entwicklungen, Störungen, Ideen, Ängsten im Leben und da passt es vielleicht gut dazu und erweitert sich dadurch. Auch dadurch bedingt, weil Elektrohypersensibilität oder der Mobilfunk nicht greifbar ist und nichts anbietet, wo ich etwas mit kontrollieren kann. Ich glaube schon, dass andere Berufsgruppen, wie vielleicht Umweltmedizin oder Ähnliche, einfach aus ihrem Blickwinkel heraus eine andere Sicht auf Mobilfunk haben und hier, und das ist natürlich ein Problem, die Wissenschaft ist sich unklar auf vielen Ebenen, vielleicht eher so schützend der Bevölkerung Gips geben möchte, wie man mit der Mobilfunk und Ähnliches umgeht. Das kann ich durchaus verstehen, teilweise aus Sicht der Umweltmedizin und Ähnliches, aber ich denke auch, dass hier, und das muss man vielleicht auch manchmal auch sagen, dass es auch zu einem Markt geworden ist, denn wenn man im Internet googelt oder eine Suchmaschine verwendet, dann findet man sofort sehr viel Information über schädigende Einflüsse im Mobilfunk, aber dem normalen Anwender gelingt es nicht, irgendein rundes Bild zu bekommen. Und da gibt es auch sehr viele Anbieter von irgendwelchen Handyklebern oder vielleicht irgendwelchen homöopathischen Leistungen, die auf dem Gebiet helfen oder irgendwelche Entstörungen des Körpers, teilweise auch übers Telefon. Menschen, die an Elektrohypersensibilität leiden, haben reale Beschwerden. Die sind wirklich vorhanden. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass man sich denen nähert, dass man hier als Ansprechpartner in der Medizin als Arzt dient, dass man hier gemeinsam mit dem Patient daran arbeitet, welche Zusammenhänge gibt es. Also hier, dass man sagt, dass sich hier diese Menschen etwas einbilden, das würde ich wirklich nicht unterschreiben. Das sind wirklich leidende Menschen. Oft so schwer, dass sie ihr ganzes Leben aufgeben, irgendwo vielleicht in einen Wald ziehen, in eine strahlungsarme Gegend und hier in ein größtmögliches Vermeidungsverhalten eintreten. Oft ist es auch so, dass andere Familienmitglieder auch betroffen sind, entweder durch dieses Vermeidungsverhalten des sogenannten Erkrankten oder auch diese Erkrankung sich ausweitet innerhalb der Familie, dass auch der Partner, die Partnerin dann über solche Symptome klagt und Ähnliches. Also hier trifft man oft auf Menschen, wo Familien, wo Systeme betroffen sind und daher muss man das ganz ernst nehmen. Schweden hat das gemacht in dem Sinn, dass sie zwar nicht EHS als Krankheit anerkennt, aber für solche Menschen Therapien anbietet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wieso ist EHS in Verbindung mit Mobilfunk ein derart problematisches Thema geworden? Bei Elektrohypersensibilität gibt es, glaube ich, den Unterschied zu anderen eventuellen Bedrohungen, dass diese Elektrohypersensibilität eventuell in meiner Hosentasche ist. Jeder von uns verwendet ein Mobilfunkgerät. Die Durchdringung in Österreich ist sehr groß und ich glaube, dahinter steht auch eine Veränderung der Gesellschaft innerhalb der letzten 20 Jahre, wo dieses Gerät ganz mächtig geworden ist, wo es hier viele Funktionen erfüllt heutzutage und für viele vielleicht auch eine Bedrohung, auch im Sinne der alltäglichen Erreichbarkeit geworden ist, der schnellen Entschlusskraft, des Umgangs, der das ganze Leben dominiert und Ähnliches. Vielleicht ist es auch für manche schwierig zu verstehen, wenn junge Menschen andauernd am Handy arbeiten, Videos schauen und ähnliche Sachen, dass sie sich vielleicht gefährdet fühlen oder auch irritiert fühlen dadurch. Bei manchen anderen ist es vielleicht einfach nur die optische Verschandelung durch einen Mast, dass sich hier eventuell wie George Orwell, so wie ihr Mikrofon oben, die Antenne, optisch beeinträchtigt fühlen. Bei anderen ist es vielleicht ein Gefühl, dass ich hier eine Technik serviert bekomme, wo ich nichts dagegen tun kann, wo ich machtlos bin. Und hier hat Lazarus schon gesagt, Angst entsteht sehr oft, wenn wir irgendetwas nicht kontrollieren können, wenn wir nicht mächtig sind. Was kann die Mobilfunkindustrie tun, um den Menschen, die Mobilfunk kritisch gegenüberstehen, ihre Vorurteile oder Ängste zu nehmen? Ich glaube, für die Mobilfunkindustrie ist es auf der einen Seite schwierig zu sehen, dass unter Mobilfunk Menschen leiden. Ich denke aber, dass unter jeder Tätigkeit, die in einem Leben ausgeführt wird, durch andere Industrien, Menschen immer wieder in eine Gegenposition kommen. Ich denke jetzt nur vielleicht auf Ernährung. Da ist ja jetzt ein großer Run in die Richtung vegan, vegetarisch. Ich glaube, was für die Mobilfunkindustrie wichtig sein kann, ist das, wenn sie mit neutralen Partnern zusammenarbeitet, wenn sie sich wirklich klar hinstellt und sagt, ja, ich lasse mich überprüfen, ich möchte haben, dass Wissenschaft gemacht wird, ich möchte haben, dass hier proaktiv nachgedacht wird, was steckt dahinter. Ein nächster Punkt kann durchaus sein, dass hier gearbeitet wird mit Schulen zum Beispiel. Es gibt ja auch Suchtverhalten, das sich jetzt entwickelt hat aufs Handy hin, aber das hat es ja früher schon gegeben zu Spielautomaten und Ähnliches. Ich glaube, dass es auf der einen Seite ein Wechsel ist des Mediums und hier ist gut, wenn die Betreiber der Mobilfunk-Einrichtungen hier proaktiv zum Beispiel einen Leitfaden erstellen. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist das, dass man hinweist, welche positiven Effekte hat der Mobilfunk. Wie viele Leben sind vielleicht gerettet worden, weil der am Schutzweg der Verunfallte sofort eine Rettung bekommen hat, weil der Nächste, der dazu gekommen ist, die Rettung gerufen hat. Oder in anderen Situationen vielleicht. Und ich glaube, da gibt es sehr viele positive Effekte und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, darauf hinzuschauen. Was ist jemandem zu raten, der aus gesundheitlichen Gründen damit beginnt, sich mit dem Thema Mobilfunk zu beschäftigen? Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie jetzt vielleicht getriggert sind durch Elektrosmog oder das Gefühl haben, sie neigen zu Elektrohypersensibilität, ist es, glaube ich, wichtig, mit einer Fachkraft darüber zu reden. Meistens ist es ja so, dass in unserem Leben jeden Tag Änderungen stattfinden. Wir werden beeinflusst durch Medien, durch Inhalte aus der Gesellschaft, durch Entwicklungen, die sich politisch vielleicht auch verschieben. Und das erzeugt bei uns Unruhe. Oft merken wir das nicht. Wir werden ja über verschiedenste Kanäle rund um die Uhr mit Informationen versorgt, wo wir nicht aktiv das wahrnehmen, wie zum Beispiel eine Hintergrundmusik in einem Einkaufszentrum. Informationen haben diesen gleichen Charakter, dass wir beeinflusst werden durch Nachrichten im Fernsehen, Zeitungsnachrichten, was der Freund sagt und solche Sachen. Wenn ich also solche Symptome wahrnehme, suche ich nach einem Grund, und oft sind mir diese Gründe vielleicht nicht zugänglich, vielleicht möchte ich sie auch nicht kennen, und suche mir vielleicht etwas aus, bewusst oder unbewusst, wo ein Hintergrund ist, wo ich vielleicht das Gefühl habe, das hängt damit zusammen. Ob das wirklich der Grund ist, ist oft fraglich. Solche Sachen wie Belastungen, die ich nicht steuern kann, also Elektrohypersensibilität oder Feinstaub, sind natürlich sehr angreifbar, weil hier kann ich meine Angst auslagern auf etwas anderes, wo ich auch nicht handeln kann. Bei eigenem Gestalten, wenn ich zum Beispiel überfordert bin am Arbeitsplatz, kann ich ja mit einem Betriebsrat reden, mit einem Chef reden und so weiter, da kann ich ja proaktiv handeln, aber manchmal ist es so, dass ich eher meine Ängste auslagere, auf Themen, wo ich im ersten Weg nichts tun kann. Und das kann vielleicht für manche dann sich so entwickeln, dass sie zum Beispiel in die Richtung Elektrohypersensibilität geraten. Hier ist es aber wichtig, dass man, und ich glaube, da ist es wichtig dann, dass man mit jemandem redet, der alle Aspekte erkennt, dass man sich sein Leben mal anschaut, und ob es da irgendwelche Verschiebungen gegeben hat, ob es da irgendwelche Entwicklungen gegeben hat, die mich anstrengen, und ob ich hier vielleicht hier ansetzen kann, dass ich mein Leben anders strukturiere. Das erlebe ich oft in der Praxis mit Menschen, dass sie mir erzählen Schlafstörungen, und das ist ein Grund, und das gibt es ja seit ein paar Monaten. Wenn man aber nachdenkt, gibt es vielleicht im Beruf eine Beförderung des Kollegen, ich bin nicht dran gekommen, ich habe vielleicht wegen Stress meinen regelmäßigen Sport eingestellt, oder ich sollte irgendetwas tun am Haus und mir fällt das Geld und sehe das als Belastung an. Und dann kommt man schon auf andere Belastungsfaktoren, die in der Handlungsebene näher sind, und wo ich dann vielleicht hier, als ich als Arzt mit einem Patienten, andere Schritte setzen kann, und die auch dann helfen. Wenn Elektrohypersensibilität laut Weltgesundheitsorganisation keine diagnostizierbare Krankheit ist, woher kommen dann die Symptome? Es gibt Studien, wo man festgestellt hat, dass Mobilfunkmasten gebaut werden. Hier vielleicht schon gibt es eine Störung in der Bevölkerung, weil da hat jemand vielleicht das Grundstück verkauft, hat viel Geld gemacht, es wird beneidet vielleicht dem anderen gegenüber. Dann muss man ganz klar sagen, ein Mobilfunkmast ist nicht die Ausgeburt von Schönheit. Der ist groß, wirft Schatten, verändert das Ortsbild vielleicht, hat dann oben so Schalen, wo man nicht weiß, was die wirklich machen. Man versteht es auch nicht. Mobilfunk ist ja im Klassischen mal für den normalen Menschen nicht verstehbar, außer als Physiker oder setzt sich mit dem Thema auseinander. Und daher ist oft so ein Mobilfunkmast in sich eine Bedrohung für jemanden. Es gibt Studien und da geht es um den Nocebo-Effekt, dass ein Mast noch gar nicht in Betrieb ist, aber schon gibt es Symptome bei Einzelnen aus der Bevölkerung. Das ist aber ungefähr das Gleiche, wie wenn wir uns im Wirtshaus treffen und ich esse meinen Schnitzel, sie setzen sich dazu, bestellen auch einen Schnitzel und dann sage ich zu dem anderen, das Schnitzel hast du bestellt, das schmeckt aber hier grauslich. Also ich setze beim anderen einen gewissen Anker und er kommt da gar nicht mehr aus. Er kann jetzt nur mehr den Schnitzel negativer interpretieren, weil er hat schon eine Meinung gehört, er hat schon irgendetwas vor, eine vorgefasste Frame, einen Rahmen bekommen und jetzt tut er sich schwerer, da rauszuhüpfen. Und hier, glaube ich, ist es schwierig, solche Sachen offen mit Menschen zu kommunizieren, wenn der Mast schon steht. Ich glaube, wichtig ist es, dass im Vorfeld Information gemacht wird, dass hier vielleicht in einer Informationsveranstaltung geführt wird, Erklärungsmodelle geliefert werden, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass der Mast gar nicht so weit draußen steht, weil dann muss man vielleicht irgendwo die Stärke des Signals oder der Telefone verändern, sondern dass vielleicht der Mast durchaus dort, wo steht, wo es näher ist zur Bevölkerung, auf die Vorteile hinweisen, was der Mobilfunk hat und vielleicht hier zu versuchen, kritische Stimmen zu hören und hier neutral, offen entgegenzutreten. Wahrscheinlich wird man aber nicht alle damit beruhigen können und es wird, wie bei jeder Technologie, immer welche geben, die da nicht mitkönnen und die sich dann in eine Gegenposition setzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020